Was denken Sie, wenn Sie die Aussage Ihre Zukunft ist Stärke? Ganz klar, Zukunft ist Ihre Karriere und Stärken sind Ihre persönlichen Fähigkeiten. Willkommen bei Ingredient Germany mit einer ganz anderen Bedeutung von Stärke. Für endlos viele Lebensmittel wird pflanzliche Stärke benötigt. Für Milcherzeugnisse, Backwaren, Soßen und jede Menge anderer Produkte des täglichen Lebens. Diese Spezialstärken zu entwickeln und zu produzieren ist das Kerngeschäft von Ingredient in Hamburg. Das tun wir mit Mitarbeitern aus rund 18 Ländern, einer faszinierenden Verbindung unterschiedlichster Kulturen. Und das tun wir mit höchsten Ansprüchen in jeder Hinsicht. Durch erstklassige Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards, hervorragende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, spannende Programme auch außerhalb des Jobs und auch durch soziale Kompetenz über das Unternehmen hinaus. Und nun lassen Sie sich den Satz, Ihre Zukunft ist Stärke noch einmal auf der Zunge zergehen. Kommen Sie zu Ingredient und überlegen einmal, ist Ihre Zukunft Stärke? Willkommen bei Ingredient Germany. besuchen Sie Mengen und bis zum Beispiel Jan Ahmet Herrld . . . . . . .